Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zur mittlerweile 144. Folge unseres Podcasts Mittwochs in der Bibliothek. Wie immer moderiert von Renate Zimmermann. Anfangs nur auf die unmittelbaren Belange der Bibliotheken bezogen, bin ich ja in letzter Zeit dazu übergegangen. In loser Folge auch Künstler, Kooperationspartner und Einrichtungen vor allem aus der Nachbarschaft vorzustellen, wie zum Beispiel den Pflegestützpunkt in der Marzahner Promenade, das Musikprojekt Urban Sound Marzahn oder die Administratorin der Webseite der Marzahner Promenade, Uta Baranowski. Heute sitzt mir Daniela Leubner gegenüber. Herzlich willkommen, Frau Leubner. Hallo. Sie leitet den Studienkreis in Berlin-Marzahn in der Marzahner Promenade 27. Frau Leubner, können Sie sich unseren Hörerinnen und Hörern erst einmal kurz vorstellen? Ja, hallo allerseits. Ich bin seit knappen vier Jahren beim Studienkreis und auch hier in Marzahn und habe somit auch Marzahn ein bisschen besser kennengelernt. Das war vorher nicht der Fall, komme aber ursprünglich überhaupt nicht aus dem Bildungssektor, sondern war eher in der Künstlerbranche beschäftigt, in der Musikbranche sehr lange. Aber das war dann auch irgendwann genug. Und durch eine Pause habe ich mich dann entschieden, etwas Gutes zu tun oder etwas sinnstiftendes zu tun, auf alle Fälle Schüler zu unterstützen, beziehungsweise in dem Job, den ich dort mache jetzt praktisch, die Schüler mit den Nachhilfelehrern zusammenzubringen und somit wirklich den Schülern unter die Arme zu greifen, dass die Noten sich verbessern oder dass sie halt auch vielleicht einmal ein Ohr haben und ihnen zugehört wird. Das ist auch sehr wichtig und kommt in letzter Zeit auch immer häufiger vor. Und der Studienkreis, über dessen Namen ich anfangs ein bisschen gestolpert bin, da dachte ich, das klingt so nach Studium, aber Studienkreis bedeutet Nachhilfe. Den gibt es ja in ganz Deutschland, das ist flächendeckend. In Marzahn und Hellersdorf gibt es ja auch mehrere davon. Ja, genau. Also in Berlin gibt es knapp 50 Standorte vom Studienkreis. Hier, also in Marzahn gibt es, also wie gesagt, in der Marzahner Promenade. In Hellersdorf gibt es noch einen weiteren, in der Janusch-Kutzack-Straße. Und jetzt in der näheren Umgebung ist noch Ahrensfelde, Biesdorf und zum Beispiel auch Wartenberg. Also auch so, also sag ich jetzt mal, auch so die, die noch ein bisschen weiter weg liegen. Die Bezirke, da haben wir dann auch Studienkreise, die sind halt immer unterschiedlich groß. Also der Hellersdorf in Marzahn ist recht groß, der in Ahrensfelde ist sehr viel kleiner. Wird eigentlich dann immer angepasst auch an den Bedarf und auch wie viele Schulen beziehungsweise wie viele Kooperationsschulen wir dann jeweils haben. Bundesweit gibt es, glaube ich, an die tausend Studienkreisbüros. In Österreich ist der Studienkreis auch vertreten. Ach so. Also, ja, also wir... Bist das Unternehmen. Genau. Also es ist ein ziemlich großes Übernehmen. Also es ist auch mit Franchise-Optionen. Also es gibt so verschiedene Modelle im Studienkreis. Aber es ist schon wirklich sehr präsent. Und die Schülerinnen und Schüler, kommen die dann zu Ihnen in die Filiale, sag ich jetzt mal? Oder gehen Sie auch an die Schulen, um dort Nachhilfe zu erteilen? Ja, also primär kommen die Schüler zu uns in die Filialen. Das hat immer Vor- und Nachteile, wie das dann immer so ist. Vorteil ist, dass sie halt von der Schule einfach weg sind und in einer anderen Umgebung und vielleicht auch in einer ruhigeren Umgebung lernen. Wir haben auch... Die Gruppengröße ist bei uns maximal mit sechs Schülern. Also es sind kleine Gruppen, es sind kleine Räume. Es ist eigentlich ein recht intimer Bereich. Also im Studienkreis Marzahn habe ich zum Beispiel fünf Räume, davon zwei große und drei kleinere. Also es ist sehr übersichtlich. Das ist eigentlich auch so der Vorteil. Wir gehen aber jetzt auch vermehrt an die Schulen. Es gibt verschiedene Projekte. Es gibt zum Beispiel die Ferienschule, die auch vom Berliner Senat gefördert wird sozusagen, die halt natürlich in den Ferien stattfindet. Die Schulen haben die Möglichkeit, auch selber Projekte praktisch zu initiieren mit, ich sag jetzt mal, den Dienstleistern. Also seit dem Studienkreis gibt es natürlich noch, ich glaube, 50 weitere Nachhilfeorganisationen. Aber das ist auch möglich. Also sowohl im Studienkreis als auch an den Schulen ist der Unterricht möglich. Aber nach Hause gehen Sie nicht? Nein. Genau, nach Hause nicht. Also das ist dann wirklich ein ganz anderes Feld. Da gibt es dann andere Mitbewerber, die da tätig sind. Ach, eben. Das würde jetzt die nächste Frage aufwerfen. Es gibt ja, wie Sie schon sagten, auch andere Anbieter für Nachhilfeunterricht. Und warum soll man sich als Elternteil oder als Eltern für Sie entscheiden, für den Studienkreis? Ja, gute Frage. Die Qual der Wahl hat man, das ist ganz klar. Der Studienkreis hat eine lange Tradition. Gibt es seit 1974. Also wirklich schon mittlerweile für eine Firma, ein Wirtschaftsunternehmen ist es ja auch, also wirklich eine lange Zeit. Ich denke mal, was den Studienkreis ausmacht, sind zum einen die Nachhilfelehrer. Die werden bei uns auch zertifiziert. Das heißt, sie kriegen auch regelmäßig quasi Fortbildungen. Zum Beispiel, als wir den Corona-Lockdown hatten, haben wir komplett umgeswitcht in Online-Nachhilfe. Das heißt, das ging natürlich alles sehr schnell mit Crashkursen. Wie macht man die Online-Nachhilfe? Aber es war möglich und die Nachhilfe ist auch während des Lockdowns halt online weitergegangen. Hatten wir auch alle nicht so auf dem Schirm. Dann sind es, denke ich, auch die Studienkreisleitungen, die jeweils die Büros führen, die eigentlich auch die Aufgabe haben, als Team zu agieren. Also Nachhilfelehrer, Studienkreisleitung und dann halt auch eigentlich die Schüler und bestenfalls auch die Eltern, sodass es halt auch eine gute Atmosphäre ist vor Ort. Machen andere Nachhilfeinstitute bestimmt auch. Aber ja, ich denke mal, auch viel durch Mund-zu-Mund-Propaganda, dass halt in der Schule gesagt wird, da kann man hingehen, da ist es, die Lehrer sind gut, sind verständnisvoll, man hat halt die Zeit, Sachen zu wiederholen, macht uns eigentlich aus. Also die Qualität und auch die Flexibilität, also man kann, wenn man zu uns kommt und wenn man einen Termin hat, macht man auch zuerst eine Probestunde aus. Also keiner wird gleich verpflichtet, in einen Kurs zu gehen, sondern der Schüler muss es ja auch erstmal kennenlernen und hat auf alle Fälle die Möglichkeit, zweimal 45 Minuten als Probe mitzubekommen und wenn das nicht reicht, ist dann auch nochmal eine Wiederholung dabei. Also man kann es wirklich erstmal ausprobieren. Und Eltern können ja vor der Buchung auch mittels Online-Check das Lernverhalten ihres Kindes testen und sieht man denn dann oder kriegt man dann so eine Art Feedback, dass das Kind Nachhilfe nötig hat oder nicht, wenn dieser Check absolviert ist? Ja, den Lerncheck kann man machen, machen im Moment noch recht wenige und eigentlich sollte man diesen Lerncheck mitbringen zum Beratungstermin. Beratungstermine gehen auch telefonisch, also wer jetzt auch immer noch sich sträubt oder es eigentlich nicht will, dass man da in das Büro geht, kann das auch telefonisch machen. Den Lerncheck kann man auch dann per Mail schicken, aber daran sieht man eigentlich, wo der Schüler oder die Schülerin halt Schwächen hat. Also das ist dann in Mathe, Deutsch, Englisch ist halt so ausgearbeitet, dass man schon erkennt, okay, hier sollte was getan werden, hier ist Nachhilfe nötig, würde einmal die Woche reichen, würde zweimal die Woche reichen oder es nennt sich bei uns Turbo auch dreimal die Woche. Hängt natürlich von vielen Faktoren ab, aber aus diesem Lerncheck kann man eigentlich schon beim Gespräch es besser einschätzen, auch in welcher Gruppe der Schüler vielleicht passt. Also es ist eigentlich eine Hilfe zum Gespräch und dann zur Einsetzbarkeit oder des Schülers sozusagen. Was würde denn so eine Nachhilfestunde kosten? Also es ändert sich ja sicher auch die Preise, aber die findet man ja auch auf der Webseite. Ja, genau. Also sieht man auf der Webseite, da gibt es auch so Module, wo man dann eingeben kann, sechs Monate, zweimal Teilnahme oder zwölf Monate. Und wird auch immer runtergerechnet auf den Stundenpreis. Also ich sage jetzt mal die meisten, die dann denken, okay, wir starten, entscheiden sich doch wirklich für einen langen Vertrag für 24 Monate. Und der kostet im Moment, wenn man es jetzt ganz konkret nennen will, für zweimal 90 Minuten die Woche 134,90 Euro im Monat. Also plus, minus, also gute 100 Euro oder gute, ja, 135 Euro ist zwar viel Geld, aber ich denke mal, wenn man wirklich zweimal die Woche kommt, zeigt sich auch das Ergebnis. Der Schüler muss natürlich motiviert sein, klar, aber oftmals entwickelt sich das auch so und es ist eigentlich auch wie so eine Begleitung durch die Zeit. Also wir haben viele Schüler, die schon drei, vier Jahre da sind. Man kann die Teilnahmehäufigkeit auch reduzieren. Man kann auch mal einen Ruhemonat einlegen, wenn irgendwelche besonderen Vorkommnisse sind. Wenn man krank ist. Wenn man krank ist, wenn man längerfristig krank ist. Stunden probieren wir nachzuholen. Also innerhalb dieses Vertrages hat man doch eine ziemliche Flexibilität. Man kann Fächer wechseln zum Beispiel. Also das wird eigentlich auch gerne in Anspruch genommen. Und gibt es da eine Möglichkeit, die Kosten sich anderweitig wieder erstatten zu lassen über, weiß ich jetzt auch nicht, Sozialhilfe oder so? Ja, also es gibt die Möglichkeit der Lernförderung über Bildung und Teilhabe, also BUT kurz genannt. Hier hat jeder Studienkreis in Berlin Kooperationsschulen, mit denen wir einen Vertrag haben. Und wer dann in dieser Kooperationsschule ist, der muss dann einen Lernförderungsbogen ausfüllen. Also die Schule muss das machen, die Schule muss das absegnen. Und der Schüler braucht einen gültigen Berlin-Pass. Also diese beiden Sachen sind dann praktisch erforderlich für eine kostenlose Lernförderung. Also der Studienkreis Marzahn hat zum Beispiel als Gymnasium, als weiterführende Schule, das Tagoro-Gymnasium, Rudolf-Wirchow-Oberschule und Wilhelm-von-Siemens-Gymnasium als Kooperationspartner. Und sechs Grundschulen, darunter zum Beispiel die Peter-Pahn-Grundschule hier gleich quasi um die Ecke. Aber auch die Grundschule am Bürgerpark, auch nicht so weit weg von hier. Oder auch an der Mühle, Karl Friedrich Friesen, Grundschule unter dem Regenbogen und die Johann-Strauß-Grundschule. Genau, jetzt habe ich sie alle zusammen. Und gibt es denn bei der Buchung eine Mindestanzahl von Stunden oder kann ich jetzt als Elternteil sagen, ich probiere das jetzt mal einen Monat oder einen Monat reicht für mein Kind? Also da würde ich jetzt gleich sagen, einen Monat reicht bestimmt nicht. Also es gibt so verschiedene Verträge. Also sechs Monate ist die Mindestlaufzeit, also der kürzeste Vertrag. Es gibt aber auch ohne Laufzeiten. Das heißt, man kann zwei Monate buchen und kann dann immer weiter buchen. Es gibt aber auch wirklich für, also es gibt natürlich schon auch Fälle, die wirklich auch von MSA oder ganz konkret Mathe Themen bearbeiten müssen. Und die können sowas wie auch eine Fünfergruppenkarte oder eine Zehnergruppenkarte erwerben. Also das gibt es auch. Ja, und ganz wichtig für Sie ist ja auch, dass Sie Lehrkräfte haben, die diesen Unterricht durchführen. Genau. Wer kann sich denn da bewerben? Was muss man für Voraussetzungen mitbringen? Genau, denn ohne Nachhilfelehrer ist das schönste Konstrukt nicht, die besten Kooperationen nichts. Auch wir benötigen da noch Verstärkung. Und ja, wer auch immer das hört und sich berufen fühlt, Schülern, also wirklich von 1. bis 13. Klasse, wir haben auch viele Erstklässler, viele, aber es sind ein paar, der kann sich gerne bei mir, bei uns bewerben. Es können sich also zum einen Abiturienten zum Beispiel oder auch Schüler, die vielleicht schon wirklich Erfahrung haben, in Nachhilfe können sich bewerben. Es können sich bewerben natürlich Leute, die vielleicht aus der Fortbildung kommen, die Lust haben, einen Nachmittag einfach nochmal drei Stunden, ja, was Gutes zu tun im Endeffekt. Denn im Endeffekt ist es wirklich, man gibt das Wissen, was man hat her und erhält auch wirklich, naja, so eine Art Dankbarkeit klingt jetzt ein bisschen poetisch, aber es macht wirklich Spaß mit den Schülern. Es können sich natürlich auch gerne Rentner bewerben. Also wir haben im Studienkreis, unsere älteste Nachhilfelehrerin ist 79 und hat aber auch die Ruhe weg und hat auch selber Enkel und Großenkel und kann auch damit umgehen. Also das funktioniert auch. Natürlich muss man das Wissen haben und muss auch, was soll ich sagen, das Know-how haben, was weiterzugeben, aber es geht auch viel um Empathie und auch auf das Eingehen des Schülers. Und praktisch das Material kommt, stellen wir auch zur Verfügung. Da kann man auch helfen. Wir haben eine riesen Lernmitteldatenbank, die Studienkreisleitung, also normalerweise oder ich auch bereit, kann das auch vorbereiten, mit vorbereiten, behilflich sein. Also da wird keiner so richtig ins kalte Wasser geworfen, sondern kriegt auch die Unterstützung. Also auch wer dann denkt, naja, das kann ich doch eigentlich nicht und das ist doch auch gar nicht mein Ding. Aber ab und zu, muss ich auch selber sagen, ich habe dann auch angefangen, einen Deutschkurs zu geben und es macht wirklich Spaß und man kriegt auch Übung darin. Also da soll man keine falsche Scheu haben, einfach mal anzurufen und auch gerne mal vorbeizukommen. Okay. Und wenn ich jetzt zum Beispiel als Erwachsener das Abitur nachmachen möchte und komme aber damit nicht so richtig klar, kann ich dann auch zu Ihnen kommen und sagen, ich brauche Nachhilfe? Ja, also wir dürfen diejenigen unterrichten, die in der Ausbildung sind. Das heißt, wenn der Erwachsene quasi in der Abi-Vorausbildung ist sozusagen, dann kann er auch kommen. Haben wir sehr selten, aber das wäre, wie gesagt, also es muss halt in einer Ausbildung vorliegen. Es gibt ja auch eine Studienkreis-App und einen Blog. Können Sie da was dazu sagen? Ja, also die Studienkreis-App ist jetzt nochmal wirklich refreshed worden, also wirklich so auf dem neuesten Stand. Dort kann man die Termine einsehen. Man kann auch dadurch, dass wir eine digitale Karteikarte haben und die Lehrer dann auch hoffentlich zeitnah das Geübte und das Gelernte praktisch in diese digitale Karteikarte reinschreiben. Man kriegt dann praktisch als Eltern und als Schüler quasi von dem Gelernten direkt auch nochmal einen Link zu weiteren Aufgaben, die man dann halt selbstständig machen kann als Schüler. Also man kann eigentlich über die App auch kommunizieren. Das wird jetzt auch so nach und nach mehr genutzt. Aber oft ist es dann immer noch so der klassische Weg. Einfach, man kommt vorbei oder man telefoniert. Ja, ich denke, das funktioniert auch besser als diese ganze Online-Weiterbildung. Das geht natürlich auch, aber der direkte Kontakt ist durch nichts zu ersetzen, würde ich mal sagen. Ja, merken wir halt auch. Der Austausch ist einfach nochmal ein anderer natürlich mit einer Präsenz. Das kommt aber immer aus Fach an. Mathe zum Beispiel kann man schon auch gut online machen. Also das geht auch. Aber es sind viele, die froh waren, als wir wieder auf hatten und da wirklich gekommen sind. Und in dem Blog, da werden ja dann immer so Neuigkeiten verkündet. Genau. Also werden Neuigkeiten verkündet, werden Studien veröffentlicht, wird zum Beispiel auch hingewiesen auf Webinare, die man machen kann. Also es gab jetzt wirklich ein tolles Angebot, zum Beispiel, wie lernt man das Lernen richtig. Das ist ja auch wichtig. Jetzt mal unabhängig von den fachlichen Sachen, sondern oder wie mache ich meine Schularbeiten am schlauesten. Oder wie gehe ich mit einer Arbeit um, wo ich auf das Blatt gucke und ich verstehe erst mal gar nichts. Also solche Techniken werden dann praktisch auch angeboten. Ja, Internetrecherche, das muss man ja eigentlich auch erst lernen. Genau. Wenn solche Themen aufkommen, das wird dann praktisch immer auch in dem Blog kommuniziert. Es gibt auch Webinare für Eltern. Also das wird auch immer häufiger angeboten. Also da ist ja, denke ich mal, der Studienkreis wirklich einen ganzen Schritt nach vorne gegangen, solche Sachen auch anzubieten, die auch wahrgenommen werden. Also viele Schüler, die sagen, oh, kann ich meine Nachhilfestunde verlegen, weil ich habe da gerade das Online-Seminar. Im Studienkreis denke ich dann immer, na toll, okay, ja, nee, mach das ruhig, dann gucken wir mal, wo für dich jetzt ein Platz ist. Also für einen Termin nicht so. Aber, also das Angebot ist da, ist halt dann immer auch an denjenigen, das halt zu nutzen, ja, muss man sich halt dann auch manchmal selber motivieren, sage ich jetzt mal. Also ich habe jetzt in Vorbereitung auf das Gespräch mal etwas intensiver auf die Webseite geschaut vom Studienkreis und war total überrascht, was sich da alles verbirgt. Also man muss da hinklicken, es steht nicht gleich alles auf der Startseite, aber zum Beispiel gibt es da auch so viele Broschüren zum Downloaden, also auch Tipps, welche Spiele sinnvoll sind. Also alles Mögliche. Ich dachte, das ist ja ein Schatz, eine richtige Schatztruhe. Eigentlich schon, ja, es gibt ja auch viel, es gibt ja auch einen pädagogischen Leiter logischerweise beim Studienkreis, es gibt da ein Team rum, die sich halt natürlich auch immer wieder was ausdenken. Also gerade auch diese Broschüren, die es zum Download gibt, gibt es auch quasi haptisch, gibt es auch so richtig zum Anfassen sozusagen. Die gebe ich dann auch manchmal mit, die liegen dann auch im Studienkreis aus und da kann man dann halt auch mal blättern. Ja, also das Angebot ist wirklich vielfältig und ich hoffe mal, dass sich jetzt auch durch die, ich sage jetzt mal so ein bisschen Erweiterung des Angebots, dass der Studienkreis jetzt auch mehr an die Schulen geht, um da halt auch Schüler abzuholen, die vielleicht auch in ganz anderen Ecken in Berlin wohnen, die halt, wenn dann Mittagspause ist, auch dann nicht mehr irgendwo hingehen würden, um Nachhilfe zu machen. Also die wirklich vor Ort abzuholen und da nochmal vielleicht 60 Minuten oder 90 Minuten Nachhilfe anzubieten. Aber wie gesagt, dazu brauchen wir Unterstützung von Menschen, Leuten und engagierten Personen, die Lust haben auf Nachhilfe. Vielleicht noch ganz kurz zum, wie das dann läuft. Also die Nachhilfelehrer haben einen Honorarvertrag bei uns und ich will jetzt nicht direkt was über den Stundenlohn sagen, aber der variiert im Prinzip durch unsere verschiedenen Projekte, Ferienschule, Schulprojekte, aber auch natürlich im Studienkreis, ich sage jetzt mal zwischen 15 und auch maximal 42 Euro die Stunde, wo man vielleicht auch sich überlegt, dass das doch eine ganz attraktive, ja, ein bisschen Einnahmequelle wäre oder ein schöner Hinzuverdienst, den man dann halt, ja, vielleicht für den nächsten Urlaub oder für was auch immer einsetzen kann. Ja, es ist finanziell eine kleine Bereicherung, aber eben auch im sozialen Bereich, also für einen selber, menschlich gesehen. Absolut, ja. Auf jeden Fall, kann ich mir so gut vorstellen. Genau, genau. Also das ist wirklich, also manchmal geht einem da wirklich das Herz auf oder man, wenn dann jemand auch wirklich dann auf einmal weint oder wann irgendwas ist, kann ja auch sein, dann lässt man auch alles andere liegen und kümmert sich einfach, ne, weil man weiß ja auch nicht, was da alles hinter steckt und man kriegt aber auch wirklich viel Feedback und ich würde mir wünschen, dass die Schüler auch noch mehr Feedback sind, weil es kann auch nicht immer alles toll sein, aber wir haben manchmal auch so Wolken, die wir auch aushängen und da gibt es halt so Sprüche drauf, zum Beispiel wie, durch Mathe habe ich den Sinn des Lebens wiedergefunden. Also, wunderbar. Warum nicht, ne? Ja, Mathe kann auch sehr bereichernd sein, auf jeden Fall. Ja, wenn man es dann mal begriffen hat, ist das dann super. Das erfahren auch immer viele. Dann platzt der Knoten und dann sagen sie, aha, ach so, ja dann. Also das Mathe ist eigentlich ein dankbares Nachhilfefach. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie finden alle Informationen nochmal im Detail in den Shownotes, also in der Podcast-Beschreibung. Ich verlinke dann nochmal zu der Webseite vom Studienkreis und ich stelle dort auch die Kontaktdaten rein, wenn Sie sich bewerben wollen, wenn Sie Interesse haben als Lehrkraft oder für Ihre Kinder vielleicht eine Möglichkeit, jetzt am Horizont sehen, dass das Wissen aufgefrischt wird. Und auch in der Bibliothek haben wir Aushänge und Flyer zum Mitnehmen. Da können Sie sich auch gerne bedienen. Frau Leubner, ich danke Ihnen ganz herzlich. Und ich danke für die Einladung, das war sehr nett. Ja, das war ein sehr aufschlussreiches Gespräch. Ich habe selber auch sehr viel dazu gelernt. Und ich bin immer wieder erstaunt, was für ein Potenzial die Marzana-Promenade bietet. Also wer da alles sitzt und arbeitet und Gutes tut. Gut, ich wünsche Ihnen noch viel Erfolg für die Zukunft. Dankeschön. Und ich hoffe sehr, dass Sie jetzt überrannt werden mit Lehrkräften. Ja, schön wäre es. Ich freue mich auf jeden, der sich meldet. Und genau, ja. Dann danke nochmal. Und für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Vielen Dank fürs Zuhören. Auf Wiederhören. Bis nächsten Mittwoch. Auf Wiedersehen.